Wer ist da? Graue Wächter? Hm, er ist nicht halb so tot, wie er aussieht, oder? Mein Spähtrupp wurde von der dunklen Brut angegriffen. Sie kamen aus dem Boden. Bitte helft mir! Ich muss zurück ins Lager! Wenn ihr mir nur einen Verband anlegen könntet, schaffe ich es allein zurück. In meinem Gepäck sind Verbände. Vielen Dank. Ich muss hier weg. Habt ihr das gehört? Die dunkle Brut hat einen ganzen Trupp erfahrener Männer ausgelöscht. Beruhigt euch, Sir Jory. Wenn wir vorsichtig sind, geschieht uns nichts. Diese Soldaten waren auch vorsichtig, und doch wurden sie überwältigt. Wie viele der dunklen Brut können wir vier erledigen? Ein Dutzend? Hundert? Dann gibt es in diesen Wäldern immer noch eine ganze Armee. Ja, es gibt hier dunkle Brut. Aber es besteht keine Gefahr, dass wir auf die Hauptstreitmacht der Horde stoßen. Woher wollt ihr das wissen? Ich bin kein Feigling, aber das hier ist töricht und unverantwortlich. Wir sollten zurückkehren. Das ist... ...wahr. Ihr müsst eins wissen. Alle grauen Wächter besitzen die Fähigkeit, die dunkle Brut zu spüren. Was auch immer sie planen, sie werden uns nicht überraschen können. Deshalb bin ich hier. Seht ihr es, Sir Ritter? Es kann sein, dass wir sterben. Aber zumindest wissen wir es vorher. Soll mich das etwa... beruhigen? Das soll allerdings nicht heißen, dass ich hier bin, um es euch einfach zu machen. Deshalb sollten wir uns auch wieder auf den Weg machen. Das ist... ...dかった mir... Das soll nicht erst ...und wenn ich sie einenückendecken überlegt. Vielen Dank.